standhaft bleib' oha ja gut die geht rauf sonst ja dann kannst du nicht angreifen die sind vergänglich die werden eh gleich wieder sterben gerade ist hier irgendwie ein bisschen quatsch gerade ja 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 also ja zug beenden oh gott habe ich eigentlich immer scheiß karten auf der hand gerade das ist schlecht keine guten karten auf der hand moment ich hab doch auch die da kann ich doch auch eine von denen auf seine hand schicken ich habe keinen verbindeten geschworen in dieser runde ja gut es war es glaube ich ziel auf die beine zielen für gerechtigkeit für dem asia ja ich da machen verloren trotzdem karten fähig ersetzte machen aber ist da ich auch gar nicht so schlimm weil man ja auch für gewisse ich bin anzahl an niederlagen täglich erfahrungspunkte bekommt dementsprechend alles okay so dann haben wir noch die hier im streamer nicht gezeigt hat der frost und zerfall um um letzte Kau dann fangen wir schon mal mit 2 an, gut ja ich kann keinen Gegner einfrieren aber hier und wir haben wieder aufgeräumt ja 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 immer damit er nichts macht die gezüge die ich mache aber ich will halt ein bisschen verhindern dass er gerade was macht schneller als mein pfeil das glaube ich nicht aha und und Das war's für heute. Was wir tun ist gerecht. Kein Rückzug. Ich habe schon größere Stücke Fleisch geschnitten. Vereint die Stämme. Bleibt entschlossen. Ja, sorry. Hier kann ich gerade gar nicht viel machen. Die sind ein bisschen teuer und den, naja, da bin ich ja so gerade auch besser dran. Wah. Ähm, Zug beenden. Ähm. Ja. Ja. Oha. Naja, das wird das mit dem Mobilisieren. Der Winter ist der wahre Herrscher. Ja. 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 Okay. In unseren Venen fließt das Eis. Komm, wir rauben einmal auf. Ja, ist egal. Einmal aufräumen. Ich bin bereit. Achso. Sauber. Ähm. Nee. Meine Klinge ist ruhelos. Laurence führen das Schwert von Geburt ab. Ich bin sehr verwirrt. Immer überdurchschnittlich. Zurück mit dir. Versuch's doch. Du musst schon mehr geben. Ich hab' verloren. Ganz ehrlich. Einmal nehm ich meine gute Schwertham. Das ist Wipen hat neben er viel gebracht alles rauszuwerfen da. Gut. Sind wir hier das Deck mal durchgegangen? Dann können wir ja jetzt mal ... ... Welches Deck war denn dann am besten? Das erste. Weil da habe ich mir mitgewonnen. jetzt gehe ich doch mal auf die rangliste mal gucken wir können es ja einfach mal machen das eisen hier oder so da geht es aber nach oben also sind die best zahlen nach oben besser mal rangsystem zu rangsystem ja immer anders hier ist es halt so okay ach da war jetzt auch nicht gerade gut aber okay ja gut gucken was du draus machst ich fiel er lohnt sich ja irgendwie nicht es ist ehrlich das jetzt war es bringt irgendwie auch nicht das ist mein gegner ja gut stärke in anmut schönheit in der klinge vielleicht so das wird nicht lange dauern du tust mir light hmm Was ist doch sein? Meine Schande. Gehen beide drauf Ich muss echt mal was in den Einstellungen ändern Was war das hier? Was war das hier? Was war das hier? Ich weiß, ich krieg auch Schaden, aber ist irgendwie gerade besser Ist es der Schnurbart? Wer weiß? Was war das hier? Für die Ehre meines Hauses Wer fordert mich heraus? Was war das hier? Was war das hier? Das kann ja nichts mehr machen Das ist schon eine harte Karte hier Ne Moment, ich muss es andersrum machen Erst das Und dann das Was war das hier? Pass auf die Kauf, mein Freund Oha Ich bin alle in Gefahr Ein bisschen her, die 1818er Gewonnen Sie hatten nie eine Chance Siehste, da sehe ich mich in diesem Deck Belohnungen Wild Cards Wild Cards Yay So, das heißt wir wechseln jetzt einmal die Region Und gehen zu Und gehen zu Wilgewasser Was ja auch die neue Region ist Einfach um hier einmal bis zu Nummer 4 zu gehen Und das nächste Und das nächste Ranglistenspiel Verliert man eigentlich auch wieder LP? Ich habe keine Ahnung Also Listenpunkte Hm Also wenn man verliert zum Beispiel Hä, kein Champion Ja, ich spiele auch noch mit den Standard Decks Ich habe auch erst angefangen Und hallo und herzlich willkommen Schwupps Aber ich glaube, die Gegner werden auch noch nicht alle hier so stark sein Also mache ich mir da erstmal Wenig Gedanken zu Ich schaffe das Wie man später die Karten dann zusammenstellt Zu einem Deck Ja, da muss ich dann später nochmal gucken Wie man das am besten dann macht Hm Ich, äh, stell doch nur hier ab Hm Ich den angreife, geht der drauf? Oder der auch? Bis zum nächsten Mal.